Die zwei Meister haben jetzt Verstärkung bekommen. Jetzt gibt es den Shotgun Boogie zu bieten. Shotgun Boogie Heißt es. Zu griegerisch schaut er gar nicht aus. Aber schon. Ideale Musik zu dem Hipferl. Die Idealformation. Ja, also, bitte mitmachen, Zuschauer. Jeden Samstag und Sonntag auf der Kunsteisbahn West in München, Agnes-Bernauer-Straße. Hoffentlich gibt es einen schönen Schutzluss-Kratzer. Und... Oh, ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr.